Ich wollte dir meinen besten Freund Marc vorstellen. Hallo. Ihr beide habt ganz ähnliche Ansichten. Setzt euch ja erst mal. Ich glaube, es wird einen sehr interessanten Abend. Ich habe leider keine Zeit, das herauszufinden. Claire wartet. Ich heirate nämlich bald. Ja. Kann ich dich mal kurz zu deinen Vier-Augen sprechen, bitte? Sie entschuldigen, er ist gleich wieder da. Robert, ich will keinen Wald mehr. Ich habe mich schon zu oft verirrt. Ich werde an deiner Seite sein. Danke. Du siehst wunderschön aus. Nein. Nein. Hi. Grüß dich, Marc. Robert. Hi. Ich habe schon gedacht, du drückst dich vielleicht. Ich doch nicht. Komm, ich will dir Claire vorstellen. Claire, das ist Robert. Freut mich sehr. Ich hoffe, wir brauchen ihn wirklich nur als Trauzeugen. Wir beide wären alten Frau zusammen. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Das wünsche ich euch beiden auch. Weißt du, im Grunde ist er eigentlich ein ganz netter Kerl. Jetzt mach mich nicht so schlecht. Sonst spricht dir kein Mensch mehr mit mir. Den Eindruck habe ich erwartet. Da bin ich bloß.